Das Freilichtmuseum Schwerin startet ab Ostersamstag in die neue Saison. Neben einer Sonderausstellung werden auch traditionelle und neue Veranstaltungsformate angeboten. Am Samstag können Fotografien zum Thema Zeitenwende, Fischerei am Schlei und Schweriner See begutachtet werden. Am selben Tag wird eine Führung zum Thema Vitamine auf der Wiese um 11 Uhr angeboten. Der Sonntag wird mit zahlreichen Familienangeboten fortgesetzt. Viele Mitmachangebote und Märchenvorlesungen für Kinder finden hier statt. Kulturreich und naturnah geht es dann auch in den folgenden Monaten weiter. Auf der Museumswebsite gibt es weiterführende Informationen.